Es ist nämlich so, als Jäger ziehst du natürlich deine ganze Energie aus Dingen, die nur irgendwie mit Jagen zu tun haben. Und als Sammler wiederum ziehst du deine ganze Energie aus Dingen, die nur mit Sammeln zu tun haben. Deswegen kann sie auch so lange in irgendwelchen Einkaufszentren herumrennen und das macht sie nicht fertig. Im Gegenteil, je länger es dauert, umso fitter wird sie. Das haben wir jetzt endlich im Sortiment, das darf ja nicht wahr sein, das habe ich aber schon gesucht. Oh, was ist das denn? Ist das das gleiche? Das nehme ich mit und dann kann, ach nee, das ist ein komisches Ding unten dran, das möchte ich aber nicht zurück. Oh nee, ich nehme das andere, mache das Ding ab und dann ist es genauso gut oder besser. Ach nee, da geht es kaputt, da habe ich keine Garantie mehr. Aber das gefällt mir doch besser. Eigentlich gefällt mir das besser, weil wenn das Ding ab wäre, dann wäre es ein bisschen besser. Also entweder nehme ich das, wo es nicht so gut ist, oder dann mache ich das Ding. Das ist mir jetzt irgendwie zu kompliziert, ich weiß gar nicht.